Ja, hallo und herzlich willkommen. Toll. Ja, ja, Suche wird wieder aufgenommen. Wunderbar. Warum ist die Tür verschlossen? Ich wünsche einen United-Tag. Ja, dann. Bitte. Waddle. 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 Ae! wunderbar wunderbar den rage modus hätte ich jetzt gebrauchen können meine frisse so ich denke hier möchte ich mich dann aufhalten was macht denn da so laute geräusche über mir ich will nicht hoffen ja 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 ach scheiße ist noch nichts neues es 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 Das war's für heute. Was? Also langsam zieht es merklich an. Junge! C-Liner! Ah! Das war's für heute. Die ekligen Viecher, ne? Habe ich keine Böcke drauf? Geh mir weg! Toll! 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 Hier wird wieder aufgenommen. Häftling! Siehe! 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 wenigstens den dicken habe ich mit der falle erwischt also den zweiköpfigen wisst schon eigentlich wollte ich das ding hier aktivieren wie mache ich das denn wo ist da der aktivierungs knüppel und Das war's für heute. Das war's für heute. Ey! Ah! 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 Oh! Ist jetzt fertig da vorne? 19 wellen noch das wird nicht besser bitte wartung durchführen bitte wartung durchführen kopf weg ja Auf, Smaller. 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 Gar kein Tömer Ja passt davon wenn du Leute anspruchs Ja Aiii Was ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Sollts nicht spucken. Ich nehme an, wenn die Munitionsanzeige an der Seite grau ist, dann kriege ich nicht mehr Munition. Kein Signal. Mann ey, die machen harten Schaden. Und langsam geht meine Lebensanzeige den Bach runter. Aber wir sind für alle 35. 36. Och nö. Ja. verpettiert ich weiß auch nicht jetzt ist die die andere anzeige grau was Das war's für heute. kannst du ohne kopf auch nur spucken ho durururururururu Suche Warnung, wird abgeschaltet. Aufs Schmaul. Ja komm, 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 komm! Junge, Chris, auf dein dämliches, ranziges Maul! Ja, ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich dann doch lieber hierbleiben bei dem? Ich weiß das halt nicht. Ach so. Die Welle ist noch nicht rum. Okay. Alter, zwei? Seit wann machst du zwei? Ranzigen, du. Jetzt macht er wieder nur einen. Ey! Okay. Jetzt müssen wir wieder hinführen. J衣, äh! Okay. Dann gehen wir. Mal! Junge, wenn ich mich drauf verlässt, dass du nur einen Angriff machst, dann mach auch nur einen Angriff. Du machst wieder nur einen! Junge! Junge! mich Fick mich fette. Fick mich fette. Fick mich fette. Hör auf mit deinem rumbutieren. Hör auf mit deinem rumbutieren. Hör auf mit deinem rumbutieren. der wollte mich nicht nutzen langsam geht meine konzentration flöten steh nicht so doof an der seite und guck zu auch Das war's für heute. Aufs Maul. Oh, sorry, sorry. Ich dachte, der braucht noch mehr Zuwendung. Oh, sorry, sorry. Oh, sorry. Bleib konzentriert. Drück in dir. Drück in dir. Welle 40. Oh, sorry. 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 Machen wir nicht. Spock! Komm rein, wenn du Bock hast. Danke sehr. Danke sehr. Schau mal, du hast ja immer noch Fragen. Danke. 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 Hey, hör da auf! Hör da auf! Habste noch? Oh. Leck mich an den Arsch, ey. Leck mich an den Arsch. Komm, drück in dir. Ich glaub, ich geh doch lieber da hinten hin. Ach, nee. Na gut. Eine Welle machen wir noch. Eine Welle machen wir noch. Leck mich fett. Leck mich an den Arsch. 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 so aber an der stelle ist feierabend ich bedanke mich fürs zusehen und ich wünsche euch was hoffentlich schaffen wir die 50